Beim Puol TL7, den siebten Trainingslauf für den Bundesorientierungslauf, lief ich vom Buddenheim nach Feuchheim über die umliegenden Berge. So, jetzt geht es erst zum Schießberg hoch. Ist bei Piccanda ein Point of Interest. War ich schon ca. 1000 Mal. Hier erklimme ich den Schießberg. Schießberg-Kipfel. Der schwarze Keller, ein Biergarten, hat noch geschlossen. Sie erreichen Fossilien. Lauter Schlüsselblumen. Ja, der Schützenberg-Gipfel ist sehr schwer zu finden. Hier ist ein schlechter GBS-Empfang. Mir ist in etwa alles gleich. So ein richtiger Karst hier. Von der Rettener Kanzel habe ich einen wunderschönen Ausblick in Richtung Wallbäller. Jetzt bin ich schon im Kellerwald. Nach einem guten Kilometer. Nun kehre ich in den Feuchheimer Kellern ein, bevor ich nach Hause laufe. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Vielen Dank.